CMC Polen CMC Polen ist ein führendes Unternehmen unter den polnischen Stahlwerken, das seine Produkte auf den in- und ausländischen Markten verkauft. CMC Polen stellt warmgewalzte Langprodukte auf Basis der Charge aus dem eigenen Elektrostahlwerk her. Die gute Marke unserer Produkte wird durch mehr als 120 Jahre Erfahrung, Tradition und gleichzeitig durch modernste technologische Lösungen in Produktion, Umweltschutz und Arbeitssicherheit garantiert. Geschweißte Stahlmatten haben sich auf dem Markt sehr gut etabliert. Seit vielen Jahrzehnten werden sie in jeder Bauphase vom Fundament bis zur Decke eingesetzt. Sie werden häufig bei der Herstellung von Fertigteilen und Betonelementen verwendet. Ihr Einsatz spart eine Menge Geld und Zeit. Geschweißte Stahlmatten gewinnen in jeder Phase des Bewährungseinbaus. Sie sind bequemer, decken die Bewährungsfläche schnell ab und sind nicht so aufwendig zu verlegen wie klassische Bewährungselemente. Geschweißte Stahlmatten sind ein Produkt, das in Stahlbetonkonstruktionen verwendet wird. Bei den Stahlmatten handelt es sich um Systeme aus sich rechtwinklig kreuzenden Stahlbewährungsstäben, die an den Anschlusspunkten mit Hilfe von Mehrpunktschweißautomaten widerstandsgeschweißt werden. Die Konstruktion der einzelnen geschweißten Matten ist durch folgende Parameter gekennzeichnet. Länge und Breite Die Anzahl der Längs- und Querstäbe und deren Durchmesser sowie die Abstände und die Überstände der Längs- und Querstäbe. Die Einführung von geschweißten Stahlmatten in die Konstruktion anstelle von klassischen Bewährungsstäben ist eine Entscheidung des Projektanten oder des Projektbüros, oft auch des Investors. Eine Entscheidung, die letztlich die Kosten und den Zeitaufwand für die Investition reduziert. Wie sieht also die Erstellung eines Projektes mit Stahlmatten aus? Es ist vor allem schnell und komfortabel. Dies ist auf die Möglichkeit zurückzuführen, vorgefertigte Stahlmatten zu verwenden. Zunächst wird die entsprechende Stahlmatte aus der Liste ausgewählt und dann das zu verstärkende Element ausgewählt. Der Rest geschieht automatisch. Das Programm passt die Stahlmatten an die Geometrie an, setzt die Überlappungen, die Platzierung und das Schneiden an den Löchern. Darüber hinaus enthält die Internetseite schatkiggewane.pl ein eigenes System CMC Poland, mit dem Sie selbst Standard- und Nicht-Standard-Stahlmatten entwerfen können. Jedes Projekt kann gespeichert, immer wieder angesehen und bearbeitet werden und zusammen mit den berechneten Stahlmattenparametern als PDF-Datei zum Ausdrucken heruntergeladen werden. Von der Anfrage über geschweißte Stahlmatten bis zur Ausführung der Bestellung wird jeder Kunde individuell von unseren Verkäufern betreut. Alle gesendeten Anfragen an matten-at-cmc.com werden von unserer Verkaufsabteilung bearbeitet. Nach der Bestätigung des Angebots durch den Kunden beginnen wir mit dem Produktionsprozess. Wir bieten auch technische Beratung bei der Konstruktion und Optimierung von geschweißten Matten. Das Vertriebsteam von CMC Poland ist das Herzstück unserer Firma. Geschweißte Stahlmatten dürfen nur in Betrieben hergestellt werden, die über entsprechende Schweißeinrichtungen und Zertifikate verfügen, die die Konformität des Produktes mit den entsprechenden Normen und nationalen technischen Prüfungen bestätigen. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Waren auf dem Markt verkauft werden dürfen. Die Drähte werden durch Widerstandsschweißen verbunden, nachdem sie gerichtet und geschnitten wurden. In unseren Werken verfügen wir über moderne Anlagen für die Produktion von geschweißten Stahlmatten, die Folgen des Gewährleisten. Schnellste Auftragsdurchlaufzeiten Die höchste Qualität der hergestellten Produkte Höchste Produktionsflexibilität Hohe Effizienz Individueller Umgang mit dem Kunden Möglichkeit zur Ausführung von Nichtstandard- und individuellen Aufträgen Stahlmatten Pentacosia C Entsprechen allen technischen Normen Der kontinuierliche Prozess der Entwicklung und Verbesserung der Produktionstechniken ermöglicht es uns, die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern und trägt dazu bei, die Kultur der Stahlprodukte zu erhöhen. Wir sind auf unser Produkt stolz. Wir sind stolz auf seine Qualität und Kundenzufriedenheit. Unsere Produktion basiert auf optimierten Prozessen, die zu einer Stahlmatte Pentacosia C führen, welche an die Bedürfnisse eines sich ständig weiterentwickelnden Marktes angepasst ist. Wir zeichnen uns durch Stahlmatten der Verformbarkeitsklasse C aus, die auf dem Markt empfohlen werden. Dadurch erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, sowohl Stahlmatten der Klasse A als auch der Klasse C zu wählen. Und es besteht somit keine Notwendigkeit, Stahlprodukte verschiedener Klassen zu kombinieren. Wir sind innovativ. Wir produzieren spezielle Stahlmatten mit untypischen Formen, die auf individuelle Bestellung hergestellt werden. Noch nie dagewesene Lösungen am Markt ermöglichen die kostenoptimierte Realisierung von Kleinserien. Die Zukunft ist heute möglich und unsere Lösungen setzen neue Wege. Wir wollen eine nachhaltige Welt bauen. Wir reduzieren unseren Einfluss auf die Umwelt. Unser Prozess basiert auf der Verwendung von recycelten Ressourcen, wobei die natürlichen Ressourcen optimal genutzt werden. In unseren Werken wird Schrott, nachdem er in Elektroöfen zu Stahl geschmolzen wurde, in Walzwerken gewalzt oder je nach Kundenwunsch zu Fertigprodukten verarbeitet und in Projekten auf der ganzen Welt eingesetzt. Als Hersteller sind wir verpflichtet, in der Produktion die Technologie zu sichern, die es ermöglicht, die geforderten Eigenschaften der Materialien, die durch entsprechende Normen definiert sind, zu erhalten und sie durch interne und externe Überwachung zu kontrollieren. Eine hauseigene Qualitätsabteilung überwacht jede Stufe der Produktion, vom Eingang der Charge bis zum Verlassen der geschweißten Stahlmatte aus dem Werk. Externes Audit ist jene Art von Audit, das von externen Zertifizierungsstellen durchgeführt wird. Wir besitzen Zertifikate, die den Verkauf unserer Stahlmatten auf vielen europäischen Markten erlauben, darunter Polen, Deutschland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Tschechien und die Slowakei. Aufgrund der Bestellung werden die Stahlmatten in gekennzeichneten Paketen per LKW an den Empfänger geliefert. Dies sorgt für Ordnung. Es erleichtert den Zugriff auf das Material und beschleunigt alle Vorgänge. Stahlmatten haben auch Kennzeichnungen des Herstellers, des Drahttyps, der Packungsnummer, der Stahlmattenabmessungen und der Anzahl der Stücke in einer Packung. Normalerweise übersteigt das Gewicht eines Pakets von Matten nicht zwei Tonnen. Und so kommt am Ende, nach Abschluss aller Prozesse, Entwurf, Bestellung, Produktion und Verpackung, die fertige Matte zum Kunden auf die Baustelle. Und genau in dieser Phase zeigen sich alle Vorteile der Stahlmatte. Reduzierte Investitionskosten. Kürzere Realisierungszeit der Investition. Weniger Mitarbeiter. Besser organisierte Baustelle. CMC Poland verfügt über die Technologie zur effizienten und flexiblen Herstellung von geschweißten Stahlmatten. Es ist möglich, auch einzelne Einheiten zu produzieren, wobei die hohe Effizienz der Produktionslinie erhalten bleibt. Bisher waren nur Matten in den Verformbarkeitsklassen A und B auf dem Markt erhältlich. CMC Poland hat als erste Firma das warmgewalzte Drahtgeflecht Pentacosia C aus Stahl der Duktilitätsklasse C auf den Markt gebracht. Was die Arbeit auf der Baustelle beschleunigen wird, sodass es keine unnötigen Stahlwechsel im Projekt gibt und die ganze Investition aus einer Stahlsorte besteht. Geschweißte Stahlmatten B500SP können zur Bewährung von Stahlbetonkonstruktionen verwendet werden, die unter dynamischen und wiederholt wechselnden Belastungen arbeiten. Stahlbetonkonstruktionen Pentacosia C können unter statischen und dynamischen Belastungen arbeiten, die im Temperaturbereich von minus 60 bis plus 100 Grad Celsius um ein Vielfaches variieren. Diese Parameter haben einen erheblichen Einfluss auf das Strukturverhalten und die Sicherheit. Möchten Sie alles über unsere Produktionsinnovationen erfahren? Besuchen Sie uns unter www.schadkijewane.pl Dort finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen.